... aus dem Clan Deutsche Dumme und er heißt einfach Giant Skeletoner Herzen. Moin Giant Skeletoner Herzen, was geht ab? Ja, du lachst du, du lachst du. Ich sehe deinen Deck und an der Stelle würde ich auch schon wieder loslachen. Was hast du dir bei diesem Lachs gedacht? Gar nichts. Gar nichts, perfekt. Du bist am Level 13 auf 5,7 und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal kurz 1000 Trophäen höher. Du darfst mich coachen mit genau diesem Exemplar, musst du mir immer sagen, was ich machen muss. Ich glaube, du kannst den ersten Werden-Day mit mir ein Game gewinnen, weil das Deck kann eigentlich zu schwer sein. Ich würde sagen, auf geht's. So, wir sind im Game und was ist jetzt mein First Play? Skeletten Bar, das ist schon wieder so dumm. Okay, was jetzt? Ja, ich verstehe das, wenn die Spieler auch länger brauchen, um so im Deck nachzudenken. Barbane oder Giant Skelly? Ja, Giant Skeleton. Okay, Giant Skelly. Ja gut. Waren wir so?